Der nächste Turn ist für Schwedisch von Gürtse, aber das ist dann Hegel, die wir wieder auf Schatten machen. Auf geht's! Auf geht's! ...die ganz andere Gruppe, der sogenannten Rottertsprüngen, hier sehen wir eine Konferenz, wo wir stehen bei Rottertsprüngen, das ist eine Sicherheitsmaßnahme, aber der Gürtse kann nichts sagen, glaube ich nicht, er muss diese Inaktivität benutzen, ansonsten ist der Sprung unbös. So, wir basieren jetzt die Rottertsprüngen. Du komm Hegel, du komm! Du komm Hegel, du komm! Christian Katarga für die Heilmannschaft. Auf geht's!